Kainz-Rudolf Kunz ist zu Gast. Einen schönen guten Morgen. Ebenso. Seit 40 Jahren stehen Sie erfolgreich auf deutschsprachigen Bühnen. Ein Rockmusiker um 11 nach 10 im Studio. Das ist vermutlich nicht Ihre Zeit, oder? Naja, ich musste heute um 7 aufstehen und manches Klischee stimmt ja dann doch nicht, was über Musiker verbreitet wird. Also es stehen nicht alle Musiker mittags um 12 auf. Normalerweise muss es bei mir nicht 7 Uhr sein. Sondern so 8.30 Uhr lasse ich mich normalerweise aus den Federn holen. Aber das ist für Musiker eben unerwartet früh. Aber es tun mehr Kollegen, als man denkt. Und jetzt habe ich mir sogar sagen lassen, Sie sind jemand, der ganz gerne auch morgens vormittags schon im Studio steht. Stimmt die Geschichte? Ich bin ein Tageslichtarbeiter. Das ist richtig. Also gut, ich arbeite natürlich nachts, wenn ich auf die Bühne gehe um 8 Uhr abends. Das ist klar. Aber wenn es ums Kreative geht, also ums Ausdenken, ums Aufnehmen und so, ist mir Sonnenlicht sehr viel lieber als Dunkelheit. Das ist ein Mythos, dass man gute Musik nur ab 23 Uhr machen kann. Das ist Quatsch. Wie ist es denn mit der Stimme? Das ist vielleicht auch ein Mythos, dass die Stimme nur am Abend voll ist. Ich habe noch nie Gesangsübungen gemacht. Ich habe nicht singen gelernt. Ich mache das einfach. Und bei mir geht das auch vormittags. Also ich habe da keine Anlaufprobleme. Machen Sie denn vorm Singen irgendwelche Übungen, um das Mundwerkzeug warm zu machen? Nö. Ich fange einfach an. Und dann war es das schon. Und jetzt haben Sie sich entschieden, 24 Songs neu zu interpretieren für das Jubiläumsalbum Werdegang. Die Autobiografie dazu ist auch erschienen. Gleiche Titel. Wie haben Sie entschieden, diese 24 sollen es werden? Naja, das war relativ einfach. Wir haben a. 1000 Fans beteiligt, die abgestimmt haben. Diese Idee haben wir nicht erfunden. Das machen andere Kollegen schon ganz lange. Und das Votum dieser 1000 Menschen war relativ voraussehbar. Also die haben sich doch hauptsächlich für die Titel ausgesprochen, die eben im Radio auch laufen. Die sogenannten Hits. Und insofern ist die CD1 dieses Doppelalbums so die Stimme des Volkes. Das war ganz klar. Da gibt es einfach Titel, die mögen die Leute. Und da kommt man nicht drum herum. Und CD2 ist mehr so meine Auswahl. Also meine Lieblingstitel, die mit den Singles nichts zu tun haben. Da habe ich mich dann eben besonders über jedes Votum gefreut, wenn jemand mal sagte, nee, es muss nicht unbedingt deines Mal ganzes Herz sein, sondern es darf auch mal gerne Götter in Weiß sein oder nicht mal das. Oder Stücke, die mir halt viel bedeuten. Das sind dann die Voten, wo ich denke, das sind die richtigen Kenner, die sich also mit der Arbeit intensiv beschäftigt haben. Es gab ja vor 20 Jahren schon mal ein Doppelalbum. Das hieß Nonstop. Und es war eigentlich genauso aufgebaut. Auf der ersten CD die erfolgreichen Titel, auf der zweiten CD meine Lieblingsstücke. Und ich habe zumindest darauf geachtet, dass auf der zweiten CD es keinerlei Überschneidung gibt mit der alten zweiten CD, damit die Leute sich nicht langweilen. Und damit sie sich bedoppelt nicht langweilen, haben wir eben alles neu aufgenommen und nicht einfach nur die alten Kamellen nochmal veröffentlicht. Das ist ja sinnlos, die hat ja jeder, der es möchte. Und wir haben den Liedern eine neue Chance gegeben und mit blutjungen Produzenten, die meine Kinder sein könnten, vom Alter her gearbeitet und alles nochmal neu gemacht. Wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, finden Sie Mabel in der Neuinterpretation. Vielleicht können Sie für die, die es so nicht in Worte fassen könnten, den Unterschied mal erklären. Was ist anders? Gerade Mabel war ein sehr klares Beispiel. Es ist lustig, der Produzent war Tim Tautorat, der mit Ann-Mai-Kantereit arbeitet, einer sehr guten jungen Band. Und je jünger die Produzenten waren, desto mehr sind sie 80s fixiert. Das ist echt lustig. Also diese neue Version von Mabel klingt für mich mehr nach neuer deutscher Welle als die Originalversion, die wir 86 gemacht haben. Das war damals eine Art Country-Rock, das klang nach Springsteen oder Tom Petty. Und jetzt klingt es wirklich wie NDW. Die 80er scheinen für die jungen Leute eine unglaubliche Fixierungskraft zu haben. Die Frage nach einer Autobiografie, die ist Ihnen schon ganz oft gestellt worden. Warum war denn jetzt tatsächlich der richtige Zeitpunkt? Ja, wenn man 40 Jahre Berufsjubiläum hat, bei mir ist das dieses Jahr der Fall, dann mehren sich die Stimmen im Umfeld, die sagen, das kannst du nicht einfach übergehen oder unter den Teppich kehren. Dazu musst du schon irgendwie Stellung nehmen. Und am besten eben mit so etwas wie einer Autobiografie, mit einer Rückschau. Ich habe mich damit sehr schwer getan. Ich schreibe eigentlich sehr leicht und sehr viel und dauernd und habe Tausende, nicht nur Hunderte, Tausende von Texten verfasst in meinem Leben. Aber dieses Buch hätte ich ohne Hilfe meines Stuttgarter Freundes Oliver Kobold, ein ganz großartiger Journalist aus Stuttgart, nicht gemacht. Der hat mich gnadenlos verhört, viele Tage lang, viele Stunden pro Tag und mich dazu angehalten, mit meinen Erinnerungen bei der Wahrheit zu bleiben und nicht abzuschweifen und nicht Dinge abzumildern, vielleicht auch hier und da. Das konnte er ja vermutlich gar nicht beurteilen, oder? Naja gut, aber doch, er ist ein erfahrener Co-Autor. Er hat das schon öfter gemacht, mit Niedecken zum Beispiel auch. Aber er ist auch mein Freund und er kennt sich in meiner Arbeit besser aus als ich. Also Oliver kann viel mehr Lieder auswendig als ich selber und war einfach eine ganz große Stütze bei dieser Sache. Ohne ihn wäre das nie gegangen. Ich hätte mich auch alleine diesem Job verweigert. Ich hätte nicht monatelang mich mit mir selber beschäftigen wollen. Das wäre mir peinlich gewesen. Das klingt sehr intensiv und auch anstrengend, wenn Sie sagen, über zehn Stunden lang. Sie offenbaren dann sehr viel von Ihrer Familie. Ihre Eltern haben sich zum Beispiel zehn Jahre lang durch Flucht und Zwangsarbeit nicht sehen können. Mehr als 4000 Tage. Das kann man sich zu heutigen Zeiten überhaupt nicht mehr vorstellen. Nein, also meine Mutter hat elf Jahre, kann man sogar sagen, auf meinen Vater gewartet, der eben Anfang 1945 in Kriegsgefangenschaft geriet und dann Anfang 1956 mit dem allerletzten Zug, der jemals aus Russland nach Friedland gekommen ist. In diesem allerletzten Zug saß er drin und die waren quasi elf Jahre lang verlobt. Also das ist heutzutage kaum mehr vermittelbar, so eine Geschichte, aber sie ist wahr. Ja, und da geben Sie sehr viel persönliches Preis und es gibt dann auch Stellen, da offenbaren Sie, dass auch manchmal die künstlerische Freiheit über der Geschichtsschreibung steht. Aber sicher. Zum Beispiel in dem Lied Vertriebener und da geht es auch um den Namen Rudolf. Um welche Zeilen geht es da? Ja, Sie spielen bestimmt auf die Zeile an. Ich heiße Heinz wie mein Onkel, der in Frankreich fiel, dass es war. Und dann geht es weiter und Rudolf wie Rudolf Hess, dass es nicht war. Damit habe ich meinen Eltern nur eine kleine Ohrfeige verpasst, weil ich meinen eigenen Namen Heinz Rudolf nie leiden konnte. Also Rudolf heiße ich nicht nach Rudolf Hess, das ist Quatsch. So Nazis waren meine Eltern nicht. Rudolf heiße ich nach meinem Vater eigentlich, der nämlich mit dem komischen Taufnamen Rudi geschlagen war. Der heißt wirklich Rudi, das ist keine Abkürzung. So stand es im Ausweis. Und das wollten Sie dann bei mir wohl in Ordnung bringen. Und dann haben Sie eine Gemeinsamkeit mit Herbert Grönemeyer. Auf welche spielen Sie jetzt an? Warum? Weil es so viele Vornamen sind. Sie heißen ja nicht nur Heinz Rudolf. Hat er auch so viele? Das wusste ich nicht. Ja. Echt? Vier Vornamen. Ich heiße Heinz Rudolf Erich Arthur, nach meinen beiden Opas auch noch. Und meinen vierten Namen Arthur, den finde ich super schön. Also Arthur hätte ich gerne als Rufname gehabt, aber die Eltern haben anders entschieden. Wie viele Vornamen hat denn Herbert, das wusste ich gar nicht. Also Arthur ist da glaube ich auch mit dabei. Ach, gucken Sie an. Naja, wir haben sowieso viele Gemeinsamkeiten. Wir sind fast genau gleich alt. Also ich glaube, er ist wenige Wochen älter als ich. Und wir haben im gleichen Jahr sozusagen angefangen. Also wir sind halt die Generation Grönemeyer. Nach ihm, nicht nach mir ist sie benannt. Und ganz intim wird es dann, dass Sie dann sagen, dass Sie im engsten Freundeskreis, dass es da jemanden gab, der Ihr Vater sein könnte. Vielleicht erläutern Sie uns diese Geschichte. Da spiele ich auch Werner Pöschke an. Ja, das ist eine Sache, die mich mein Leben lang umgetrieben hat, die ich aber nie mit meinen Eltern diskutiert habe. Es gab einen engen Freund meiner beiden Eltern, als sie noch jung waren, in Guben, in der Niederlausitz, wo wir alle herstammen. Der hat sich in dieser Zeit der Gefangenschaft, als Vater in Russland war und auch danach immer sehr um uns gekümmert und sich für unsere Familie eingesetzt und uns geholfen, im Westen Fuß zu fassen, als es dann die Entscheidung gab, wir bleiben nicht in der DDR, sondern wir gehen in die Bundesrepublik. Und ich habe mich zu diesem Mann immer auf eine merkwürdige Weise hingezogen gefühlt und er sich auch zu mir, dass ich immer dachte, ist das vielleicht mein Vater? Ohne es jemals auszusprechen? Ich habe es nie geklärt. Nein, ich habe mir nicht getraut. Ich habe ihn nur sehr gemocht und habe dafür gesorgt, dass er bis in ein hohes Kreisenalter immer zu meinen Konzerten kommen konnte und da immer irgendwie ein Sofa oder einen Rollstuhl gefunden hat. Ich weiß es nicht, aber ich sehe meinem Vater ein bisschen ähnlich. Also ich glaube, es stimmt nicht. Es ist einfach nur eine Geschichte. Eine Mail ins Studio will ich Ihnen nicht vorenthalten. Die von Markus steht leider nicht dabei, wo er herstammt. Gerade reinkommt, lieber Heinz-Rudolf Kunze. Es gibt Seelenverwandte, genauso wie es Liebe auf den ersten Blick gibt und das zeigen auch deine Texte. Schön, ne? Danke, Markus. Also Sie sind ein Rockpoet und die Sprache hat Sie schon in ganz jungen Jahren fasziniert. Wann konnten Sie lesen? Wie alt waren Sie da? Ich konnte deutlich vor Schuleintritt lesen, weil ich mir das selber beigebracht habe, mit Hilfe der hört zu. Ich wollte nämlich meinen Eltern beweisen, wenn was im Fernsehen kommt, was für Kinder ist. Und das konnte ich ihnen am besten dadurch beweisen, dass ich ihnen vorgelesen habe. Also Motivation war da. Ich wollte Fernsehen gucken und so ging das mit dem Lesen sehr gut. Und irgendwie habe ich einen Draht zu Worten und die Worte haben einen zu mir. Wir mögen einander. Schlaues Kind? Waren Sie auch ein freches Kind? Nein, ich war ein ganz braves, introvertiertes, schüchternes Kind und war sehr folgsam. Und weil ich dann auch immer sehr gute Noten hatte, durfte ich auch eigentlich alles. Also ich bin jemand, der ein schlechter Grundzeuge für den Generationenkonflikt ist, weil meine Eltern mir eigentlich sehr viel erlaubt haben, weil ich ja immer Leistung gebracht habe. Sie haben sich das erarbeitet, können Sie dann sagen. Und Sie zizieren Sartre mit, ich lebte über mein Alter, wie man über seine Verhältnisse lebt. Inwiefern trifft das auch auf Sie zu? Naja, meine Eltern sind mit mir, als ich ein kleiner Junge war, ziemlich oft umgezogen, bis wir dann endlich in Osnabrück sesshaft wurden. Ich wurde also immer wieder rausgerissen aus Umgebungen und das führte natürlich zu einem Rückzug nach innen und zu einer Existenz als Bücherwurm. Ich habe einfach viel gelesen und da so meine Welt für mich entdeckt, weil ich es nicht so leicht hatte, soziale Kontakte aufzubauen. Deswegen habe ich vielleicht möglicherweise etwas Altkluges in mir gepflegt. Mag sein. Das Alter spielte dann ja auch in den Songs eine Rolle und auch bei den Konzerten, weil Sie da so ein Ritual entwickelt haben. Immer am Ende, wo die Menschen dann schon darauf achten und sagen, Moment mal eben, mal gucken, wie alt er denn ist. Ja gut, es gibt ein Lied, die Bestandsaufnahme vom ersten Album. Das altert ja mit mir, dieses Lied. Und es wird nicht auf jeder Tour, aber doch auf vielen Touren gespielt. Und da muss ich dann natürlich, um ehrlich zu bleiben, die Jahreszahl anpassen, die ursprünglich mal 24 hieß. Und mittlerweile heißt sie 64 noch ein paar Wochen, bis sie dann 65 heißt. Und da sehe ich schon immer so eine gewisse Neugier in den Augen, in den ersten Reihen. Na, wie alt ist er denn nun wirklich? Gleich sagt er es uns wieder. Wie ist es denn mit dem Alter? Werden Sie mit dem Alter mit sich selbst versöhnlicher? Ja, ich glaube schon. Ich werde doch in einigen Bereichen milder und gelassener. In welchen? Ich kann mich immer noch über bestimmte politische Dinge natürlich über Unrecht und so aufregen, aber ich gehe nicht mehr bei allem gleich auf die Palme. Ich habe schon eine Technik jetzt entwickelt, dass ich mich über manche Dinge auch einfach amüsiere und nicht mehr so echauffiere. Das ist ganz angenehm. Wo sind Sie milder mit sich geworden? Ich glaube, ich habe ein bisschen durch meinen wunderbaren Beruf gelernt, meine Schüchternheit abzubauen und ich kann besser mit Menschen umgehen als früher. Menschen haben mich früher, als ich jung war, oft als sehr abweisend und kalt und unnahbar empfunden, weil ich oft zu Boden gucke, wenn ich mit ihnen rede. Das war so eine Eigenschaft von mir. Das hatte überhaupt nichts mit Abneigung zu tun. Ich konnte mich da nur besser konzentrieren und ich war einfach schüchtern. Ich habe es sehr schwierig gefunden, Leuten in die Augen zu sehen. Das hat sich gebessert. Das kann ich unterschreiben. Welche Musik wurde denn bei Ihnen zu Hause gehört? Was hat Sie da geprägt? Meine Mutter hatte keine ausgeprägten Vorlieben außer eine allgemeine diffuse Sympathie für die Klassik. Beide Eltern sind ja Lehrer bei mir. Vater war ein großer Operetten-Fan. Weiß der Teufel warum? Also Rudolf Schock war eigentlich dieser Tenor, sein größtes Idol. Er hat sich dann aber sehr früh auch für meine Rockmusik interessiert, weil er ein sehr leidenschaftlicher Lehrer war. Er war sehr beliebt bei seinen Schülern, weil er immer wissen wollte, was treiben die denn so? Was treibt die um? Was ist für die wichtig? Und insofern hat er sich recht früh bei mir im Kinderzimmer blicken lassen und dann The Who und Die Purple und Led Zeppelin und Jimi Hendrix gehört. Und er hat es sehr genossen, in sein Kollegium von stieseligen Spießern zu gehen morgens und zu sagen, guten Morgen meine Damen und Herren, haben Sie schon die neue Hendrix gehört? Sehr stimulierend. Da war er der einzige Lehrer und das gefiel ihm wahnsinnig gut, so aus der Rolle zu fallen. Sie waren auf dem Weg zum Lehrer und dann sagte ja Ausbilder Dr. Meyer, als Sie gesagt haben, nee, ich werde das glaube ich doch nicht, na dann gehen Sie halt, aber enden Sie nicht wie Elvis. Was ging Ihnen damals durch den Kopf? Ich fand das sehr lieb. Ich hatte einen guten Ausbilder und ich habe viel bei dem gelernt und ich wäre auch sofort an diesem Gymnasium in Hannover übernommen worden. Ich hätte da gleich bleiben können als Studienassessor in der Oberstufe, wollte ich aber nicht. Ich wollte sowieso nicht Lehrer werden. Ich wollte nur einen Abschluss machen, damit ich irgendwas Reales in der Hand habe für den absoluten Notfall. Ich wollte eigentlich zurück an die Uni und in der Germanistik bei meinem Professor Assistent werden und dann irgendwann Professor für Neurodeutsche Literaturwissenschaft. Das war mein normaler Lebensplan und ich habe mich gefreut, dass mein Ausbilder mich so ungern gehen ließ und er machte sich natürlich Sorgen über dieses gefährliche Gewerbe der Musik. Und nein, ich habe Gott sei Dank einen anderen Weg gefunden zu überleben. Ich habe auch nie Drogenerfahrungen gemacht, zum Beispiel. Gut, die Klugscheißer werden jetzt wieder sagen, Alkohol ist auch eine Droge. Ja, klar, ist es auch. Mit Wein kenne ich mich sehr gut aus, aber mit allen anderen, mit Rockmusik in Verbindung gebrachten Drogen habe ich null Kontakt in meinem Leben gehabt. Insofern lebe ich noch. Welchen Anteil spielt denn die Sicherheit? Weil das war ja schon so ein Lebensplan, den Sie entworfen hatten, der so auf Nummer sicher ging. Wie viel Unsicherheit hat Ihnen dann der neue Plan bereitet? Ja, ich habe das in einem Anflug von genialem Wahnsinn und Naivität, habe ich mein Sicherheitsbedürfnis mit rüber gerettet in den neuen Beruf und habe meinen ersten Schallplattenvertrag so gestalten können, dass ich quasi ein Lehrergehalt bekam. Jeden Monat nicht verrechenbar, egal wie viele Platten oder wie wenig Platten ich verkaufte. Ich wurde bezahlt quasi wie ein Studienrat von Anfang an. War eine erfolgreiche Erpressung, glaube ich. Ja, der Plattenfirmenboss, mein hochverehrter Chef Sigi Loch, hatte so eine Frechheit noch nie gehört von einem Nobody. Er wurde violett im Gesicht und schnappte nach Luft und musste einen Moment nachdenken und sagte dann, okay, wir machen das. Und dieser Part ist ganz besonders spannend zu lesen in Ihrer Autobiografie Werdegang, wie Sie bei diesem Bandwettbewerb waren, gespielt haben und dann sämtliche Produzenten auf Sie zukamen. Nehmen Sie uns mal mit. Naja, das war ein Wettbewerb von der Deutschen Phono Akademie. Die hat den Vorgänger des Echo ausgerichtet, den Deutschen Schallplattenpreis, einen sehr seriösen Preis, der nicht von Verkaufszahlen abhängig war wie der Echo, sondern der einfach nur nach Qualität von einer Jury vergeben wurde. Und die haben sich eben auch um Nachwuchs gekümmert auf eine sehr seriöse Art, nicht wie diese heutigen Talentshows, wo eigentlich nur die Jury profitiert und die Talente schnell wieder weggeworfen werden. Da habe ich mitgemacht. Das war die einzige öffentliche Chance, die ich meiner Musik sozusagen je gegeben habe. Ich hatte eigentlich schon innerlich damit abgeschlossen und habe gedacht, naja, wirst du halt doch Germanist und das mit der Musik, das wird wohl nichts. Aber eine Chance gebe ich mir. Da schicke ich meine Kassette hin und dann wieder erwarten, wurde ich mit meinem Freund Mick Franke zur Endausscheidung eingeladen. Dann haben wir auch gewonnen in der Sparte Folk, Lead, Song. Es gab dann noch Jazz und Rock. Drei Preise gab es. Ja, und das war 1980 am 9. November, dem Tag der Deutschen. Man nannte ihn, ich weiß nicht, vielleicht hätte man ihn auch nach mir benennen können, aber gut, man hat sich für Tag der Deutschen entschieden. Der 9. November ist ja sowieso ein sehr schicksalsschwerer Tag in der deutschen Geschichte. Unter anderem wurde ich da entdeckt. Und das war halt eine Zeit, in der es der deutschen Musikindustrie sehr gut ging. Die hatten pralle Portemonnaies, die konnten vor Geld kaum gehen. Die neue Deutsche Welle kündigte sich gerade massiv an. Und jeder, der irgendwie ausgezeichnet wurde, wurde sofort vom Fleck weggekauft. Wer kam da alles auf Sie zu? Alle. Alle deutschen Plattenfirmen. Damals gab es nicht diese monopolistische Konzentration wie heute. Heute gibt es ja eigentlich nur noch drei. Damals gab es noch die Polidor, die CBS, die RCA, die Metronom und wie sie alle hießen. Die waren alle da. Und Ralf Siegel, der stand sogar am Bühnenrand. Der saß gar nicht unten im Publikum, der war direkt am Bühnenrand. Und als ich abging, noch vom Applaus betäubt, sagte Ralf, mit dem ich mich wunderbar verstehe übrigens, wir müssen morgen früh reden, Herr Kunze. Wir sind dann auch ins Hotel gegangen, aber wir haben eben auch alle anderen Angebote, die dann märchenhaft auf mich einprasselten, notiert. Und mein Freund Mick, der schon länger Musik machte, sagte, ruhig bleiben, durchatmen, sortieren. Wir nehmen uns jetzt mal meinen Musikverleger, der ist auch Anwalt und der wird das für uns ausverhandeln. Und der hat das dann auch gemacht. Und dann kam das Studienratsgehalt gleich her. Und wann wussten Sie so, mit dem Hit, da habe ich es jetzt endgültig geschafft? Ja, das war natürlich Herz. Deines mein ganzes Herz passierte am Ende des ersten Fünfjahresvertrages, also in einem auslaufenden Vertragsjahr, gerade rechtzeitig. Und ich war sehr unsicher, ob mir die Leute so einen Gassenhauer überhaupt abnehmen. Aber als ich dann das Band, damals gab es ja noch Bänder, bei der Plattenfirma in Hamburg abgeliefert hatte und die Sekretärin pfiffen das auf dem Gang, da wusste ich, das wird. Heinz-Rudolf Kunze in SWR ins Leute. Im Rüsselstudio von Otto Walkes haben Sie damals Ihr erstes Album aufgenommen. Gibt es diese Verbindung heute noch? Also das Rüssel gehört nicht mehr Otto, das hat er verkauft. Das heißt jetzt Gaga-Studio. Und der alte Studiomanager, Hans Jochen, der macht das immer noch. Sieht immer noch aus wie ein Hippie aus der Kommune 1. Also riesen Busch von Haaren und inzwischen natürlich schlo weiß, aber immer noch lieb wie früher. Das war damals, Anfang der 80er Jahre, ein richtiger Treff in Hamburg. Da gingen Musiker, auch wenn sie nichts aufzunehmen hatten, einfach hin und spielten Billard, tranken Bier und guckten, was da so gerade aufgenommen wird und los ist. Und Otto war natürlich auch öfter da und neugierig als Studiobesitzer, was gerade passiert. Er hat dann auch bei uns vorbeigeschaut, als wir aufgenommen haben. Und Udo Lindenberg war regelmäßiger Gast dort und das war natürlich für uns toll. Wir waren da am Arbeiten und auf einmal geht die Tür auf und Udo steht da und sagt, darf ich mal ein bisschen zuhören? Und natürlich durfte er, legte sich dann breit aufs Sofa im Kontrollraum und gab auch gute Tipps. Udo ist ja, das wissen ja gar nicht alle, eigentlich gelernter Schlagzeuger. Und das kann er auch richtig gut und war dann auch sehr hilfreich, hat auch bei unserem Schlagzeuger Tipps gegeben und geholfen. Dann hatte ich Klaus Vormann, den Freund der Beatles und Grafiker der Beatles und Bassisten von John Lennon als Bassist im Studio, weil Siggi Loch, mein Plattenboss, dem Mick Franke als Produzent nicht so recht über den Weg traute. Er fand den zu amateurmäßig und hatte eigentlich die leise Hoffnung, dass der Vormann das an sich reißt und die Produktion dann letzten Endes führt. Nur ist Klaus Vormann ein reizender alter Hippie und kein durchsetzungsfähiger Mensch. Also der hat schnell gesehen, dass ich mit Mick ein enges Freundespaar war und dass er da nicht reingrätschen konnte und hat sich dann darauf beschränkt Bass zu spielen. Aber ich meine, was für ein Traum. Da kommt dieser picklige, bebrillte Junge aus der Provinz und Klaus Vormann von den Beatles steht da und spielt mit mir Bass. Ich dachte, ich spinne. Wir haben ganz viele große Namen erwähnt. Sie schreiben dann, dass Reinhard May zum Beispiel zum guten Freund geworden ist. Gibt es echte Freundschaften im Musikgeschäft? Ja, gibt es schon. Ich sage mal, wir sind nicht anders als jede andere Berufsgruppe. Also wir sind wie Ärzte, Rechtsanwälte, Polizisten. Wir haben Vorlieben und Abneigung. Es gibt Leute, die können sich auf den Tod nicht leiden. Das ist auch legendär und bekannt in unserer Branche. Und es gibt Freundschaften, beides. Und es gibt Hallo und gleichmütiges Guten Tag sagen. Es gibt alle Gefühlsregungen und Abstufungen auch bei uns. Ja, es gibt schon Freundschaften. Als wir jung waren, alle Generation Grönemeyer oder Generation Niedecken, Generation Kunze, da war das etwas schwieriger, weil wir ja alle Rivalen waren. Wir mussten ja alle noch unseren Platz finden in einem hart umkämpften, relativ überschaubaren Markt. Da ist jetzt die Gelassenheit zugegangen. Da ist jetzt, je älter wir werden, desto besser geht das eigentlich. Der NDR wurde zu ihrem Haussender. Wie wichtig ist es, dass junge Künstler auch gefördert werden, dass sie überhaupt eine Fläche erstmal bekommen? Das kann man überhaupt nicht überschätzen. Klaus Wellershaus, der legendäre Rockredakteur des NDR. Der hatte auch zu dem Bandwettbewerb damals aufgerufen. Genau, oder Peter Obann, der heute noch für den Grand Prix aktiv ist. Das sind eben da die Ikonen des Radios im Norden. Die haben mich auf eine Weise gefördert, dass man schon schamrot werden kann. Also die ersten vier Tourneen, 81 bis 84, wurden auf NDR 2, auf der Hauptwelle, live übertragen abends. Also das muss man sich mal vorstellen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass mich junge Kollegen da heute sehr drum beneiden würden. Denn diese Art, sich einzusetzen vom Radio für Nachwuchs, das ist schon exemplarisch. Und das hat mich natürlich durchgesetzt im Norden, ganz klar. Die Hilfe war gigantisch für mich. Födern Sie heute junge Musiker? Ist Ihnen das ein Anliegen? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also ich war oft Jurymitglied zum Beispiel auch bei Nachwuchsfestivals. Darf mir ein bisschen sogar ankreiden, die hiesigen Lokalmatadoren pur ein wenig mit auf den Weg. Ich war nämlich der erste Juryvorsitzende in Osnabrück, der Ihnen jemals einen Preis gegeben hat. Und dadurch ist eine Bandfreundschaft entstanden mit Pur, die bis heute hält. Und ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten interessiert es mich natürlich, dass es weitergeht. Denn ich finde den Gedanken nicht sehr charmant, dass ich eine aussterbende Art sein sollte. Lola hören wir jetzt in der Neuinterpretation. Mögen Sie das anmoderieren? Lola war 1984 die erste Nummer von mir, die überhaupt einigermaßen anständig im Radio und häufiger lief. Und viele junge Hörer führte das zu dem seltsamen Trugschluss, sich bei mir zu melden und zu sagen, also Heinz, wir haben da eine englische Band entdeckt. Die Kings, die singen deine Nummer nach. Also unverschämt. Nicht jeder Rockmusiker kann von sich behaupten, dass Neil Young eines seiner Alben zerbissen hat. Heinz-Rudolf Kutze, Sie können. Das müssen Sie uns erzählen. Ja, Neil Young durfte ich für den Musikexpress vor vielen, vielen Jahren Mitte der 90er interviewen im Hamburger Atlantik-Hotel. Da machte er Promotion. Und er ist ja bekannt als ein großer Verächter der CD. Er mag die CD als Tonträger nicht. Er hat einen Kreuzzug geradezu damals gegen CDs geführt und gesagt, das sei also vom Tonumfang her mit der guten alten Schallplatte überhaupt nicht zu vergleichen. Wenn man Vinyl hört, dann kriegt man einen ganz anderen Tonumfang. Viel mehr Bässe, viel mehr Höhen, viel mehr Klarheit, Transparenz und so weiter. Steht er ja nicht alleine da mit der Meinung? Ja, ich bin trotzdem ein CD-Fan gewesen, weil sie knistert nicht und man muss nicht so oft aufstehen und umdrehen. Also ich fand CD eigentlich sehr angenehm. Und er wollte das also symbolisieren und Showman, der er durch und durch auch ist, hat er dann also für eine Reihe von Fotos einer meiner CDs zerbissen oder er tat zumindest so. Aber es war auch darüber hinaus ein unvergessliches Gespräch. Das ist eigentlich eines der schönsten Gespräche meines Lebens. Das wissen ja wenige über Sie, dass Sie auch als Interviewer unterwegs waren. Ja. Ist es eine bessere Voraussetzung, wenn zwei Musiker miteinander sprechen? Absolut. Ich fing das Gespräch damals mit Niang an und habe gesagt, warum kann man überall über Sie lesen, dass Sie Journalisten am liebsten schlachten und essen? Warum sind Sie so ein bärbeißiger Mensch? Und dann grinst er und sagt, ach Heinz, du machst doch auch Musik. Du kennst das doch. Wenn du auf Reisen bist und zum tausendsten Mal fragt dich einer, was ist Ihre Lieblingsfarbe, rastest du dann nicht aus? Und dann war das Eis gebrochen. Kann trotzdem eine Gefahr darin bestehen, dass es zu sehr zu einem Fachgespräch wird und man das andere Publikum ausschließt? Die Gefahr ist sicher da. Dagegen muss man arbeiten. Aber die Chance ist natürlich auch da, dass man Fragen stellen kann, die den Befragten auch viel mehr interessieren. Weil man eben sich auskennt und weil man nicht nur Fan ist, sondern auch ein bisschen weiß, wie der andere sich beruflich fühlt. Und das mit Niang ist ja nun schon eine Legende. Der Mann ist ja seit den 60er Jahren aktiv. Bevor er berühmt wurde mit Cosby, Citizen, Nash & Young, hat er ja die Band Buffalo Springfield gehabt an der Westküste. Davor war er Folksinger in Kanada. Und wenn man dann als Hyperfan, der ich bin, ihn fragt nach den 60ern, dann kriegt man von so einem alten Hippie natürlich die Antwort, puh, das ist eine gute Frage. Aber ehrlich gesagt, Heinz, ich war damals in so einem Nebel, ich weiß das nicht mehr. Wozu er Ihnen dann aber, glaube ich, einiges sagen konnte, weil da steckt ja auch immer Politik drin bei Niang. Dieses Album Well, das war zur Zeit des ersten Golfkriegs entstanden und das war so unglaublich laut und das kam beim Publikum erstmal nicht so richtig an. Darüber haben Sie gesprochen. Ja, er kam von der Wellt-Tour und hatte dann das leise Album Harvest Moon gemacht, das sich eben auf seinen großen Erfolg Harvest bezog. Und er sagte quasi im Interview, ich bin heute noch völlig durchgeschüttelt. Als käme ich aus dem Schützengraben, so laut war das auf der Bühne. Und Never Again, Heinz, ich mache das nie wieder so laute Musik. Er hat sich natürlich nicht dran gehalten, Gott sei Dank. Und dann auch wieder zur E-Gitarre gegriffen. Aber klar, Neil Young gehört genau wie David Crosby und Graham Nash, weniger Stephen Stills, zu den relativ wenigen amerikanischen Künstlern, die sich auch mal politisch äußern. Springsteen gehört natürlich auch dazu. Die meisten ducken ja eher weg und wollen es sich nicht verderben mit den Medien. Aber Neil nimmt da kein Blatt vor den Mund und ist jetzt ja auch ein fanatischer Öko-Kämpfer. Wie ist es denn, wenn man das Publikum mit solchen Dingen überrascht? Sie erleben das womöglich gerade auch, weil Sie 24 Ihrer Hits neu interpretiert haben. Die klingen jetzt anders. Wie sind die ersten Reaktionen? Nun, die ersten Reaktionen sind tolerant und neugierig. Ich rechne natürlich auch mit Gegenwind, dass der eine oder andere Altfan sagen wird, nein, was soll denn das und die alten Versionen sind doch unerreicht. Ich kann nur hoffen, dass die Fans diesem Material eine faire Chance geben, dass sie einfach mal zuhören und dass sie gutenfalls oder bestenfalls sagen, na, ist doch eine hübsche Alternative. Ich kann natürlich immer noch lieber das alte hören, wenn ich unbedingt will, aber so geht es auch. Ein Kommentar der SW1-Hörerinnen und Hörer, kann ich Ihnen gerade mal nennen, kommt nämlich gerade aus Sandhausen rein von Michael Schimmek zu Lola, haben wir gerade eben gehört. Da schreibt er dazu, ganz schön Westernhagen. Westernhagen? Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, obwohl ich nichts gegen Marius habe, aber den Vergleich hat mir noch keiner gebracht. Werde ich mal drüber nachdenken. Heinz-Rudolf Kunze, Sie haben 46 Studioalben veröffentlicht und für sämtliche Größen des Musikgeschäfts haben Sie getextet und komponiert. Wollen Sie ein paar gerade mal aufzählen? Na gut, für sämtliche nicht. Gescheitert bin ich zum Beispiel an den beiden Udos. Sowohl Udo Jürgens als auch Udo Lindenberg sind an mich herangetreten, was für sie zu machen und mir ist dann wirklich nichts Passendes eingefallen. Zum Beispiel Udos großer Hit hinterm Horizont geht es weiter, sollte ich eigentlich machen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Mist. Was hatten Sie denn dafür bekommen? Was ich dafür bekommen hätte? Nein, was haben Sie bekommen? Hieß es ja, wir haben schon mal den Titel des Songs. Ja, ich weiß, was ich meine. Ich habe von Udo so eine Anregung bekommen. Also er brabbelte so vor sich hin, würde gerne mal so ein Lied machen, Zuversicht, Optimismus, geht immer weiter und Horizont und so. So ein paar Schlafworte. So Stichworte. Und das gleiche auch bei Udo Jürgens, so Fragmente halt, die man bekommt. Und ja, manchmal klappt es, also im Falle von Hermann van Wehen, für den habe ich am meisten im Leben geschrieben, da hatten wir auch so einen stenogrammartigen Umgang miteinander. Mach mal ein Lied, Heinz, mach mal ein Lied über Tische. Tische? Ja, Tische. Interessiert mich irgendwie. Ja gut, mache ich ein Lied über Tische. Wer kommt dann nicht? Ja, nur er kommt dann nicht. Also da hat das immer wunderbar funktioniert. Bei den beiden Udos hat es leider nicht geklappt. Für Hermann van Wehen habe ich also sehr viel gemacht. Für Maschine von den Pudis habe ich das zweite Solo-Album wesentlich mitgeschrieben. Für City, auch diese alte DDR-Band, habe ich geschrieben. Für Nicole, meine kleine Schwester aus dem Saarland, habe ich mit meinem Schlagzeuger Jens Carstens zusammen fast ein ganzes Album geschrieben. Für Karel Gott habe ich was gemacht. Für Milwa habe ich was gemacht. Und dann natürlich Musicals, also übersetzt. Also ich bin schon für andere Leute recht häufig im Ring gewesen, ja. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser Situation, wenn Sie da so ein paar Stichworte bekommen haben und nichts kommt. Wie sehr treibt Sie das in die Verzweiflung? Ja sehr, weil es eigentlich ja auch meiner normalen Arbeitsweise nicht entspricht. Ich setze mich eigentlich nicht vor ein leeres Blatt und warte auf irgendwas, sondern ich lasse mich heimsuchen. Also die Einfälle fliegen mich an normalerweise, finden mich und wollen dann nur noch verschriftet sein. Das passiert irgendwie wie von selbst. Dieses mühselige Umwasringen ist eigentlich gar nicht meine Art. Und dabei kann es dann auch sein, dass ich eben vergeblich würge und es kommt nichts. Was machen Sie dann? Können Sie sich irgendwie abreagieren? Dann gehe ich mit meinem Hund um den Block und atme durch oder lege mich in die Sauna oder mache irgendwas anderes. Irgendwann muss man dann einfach aufgeben. Es lässt sich halt nicht erzwingen. Gibt es denn so etwas wie ein Texter-Casting, dass Musiker Leute kommen lassen und sagen, naja, schreib du mal ein bisschen, schreib du mal ein bisschen? Ja, das gibt es häufig. Ich habe das erlebt spektakulär bei Gitte. Die hatte mal nach Berlin eingeladen, lauter erstklassige Texter. Also nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Mauernbrecher und Herwig Mitterägger von Spliff und Rio Reiser. Und wir saßen also quasi wie auf seiner Hühnerstange im Wartezimmer und wurden nach dem anderen reingebitten. Der Nächste bitte. Und wenn ich mich recht erinnere, genommen hat sie keinen von uns am Ende. Wir waren alle die Dumme. Aber wenn Gitte dann bittet, dann heißt es so, jetzt ad hoc mal ein paar Brocken rauslassen oder wie? Es war erstmal so ein Vorgespräch über das, was sie vorhatte. Sie wollte sich irgendwie verändern, erneuern, konnte aber leider nicht recht sagen, wie und in welche Richtung. Also wir haben uns dann alle hinterher angeguckt, am Kopf gekratzt und gedacht, was wollte die Dame jetzt eigentlich von uns? Sie haben sich dann einen schönen Abend gemacht. Und die politischen und die ernsten Themen, das ist ja ihre große Stärke. Warum sind die Liebeslieder so schwer? Liebeslieder sind deshalb schwer, weil es A, so unfassbar viele davon gibt. Die Popkultur ist nun mal, die fließt über vor Liebesliedern. Und B, weil die meisten davon ziemlich langweilig sind und schlecht ausgedrückt und in billiger Münze geschrieben. Und das Schwierige ist, diesem Thema, das alle Menschen beschäftigt, alle, immer wieder Worte abzuringen, die noch nicht so verbraucht sind. Also eine neue Art, das Auszudrücken finden und neu beleuchten, auf eine Weise das sichtbar machen, das Thema Liebe, wie es bisher eben noch nicht sichtbar war. Und trotzdem so intensiv, dass es jedem Menschen sofort auf Anhieb ins Blut geht und einleuchtet. Das ist schwer. Dieses dann auf der Bühne stehen und genau das, wenn es gelingt, zu präsentieren, das kann ja auch zu einer Sucht werden. Ist es Ihnen mal so gegangen? Also das Beifall einsammeln wird ganz schnell zu einer Sucht, aber zu einer, wie ich finde, recht gesunden. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen aus medizinischer Sicht. Beifallssucht ist okay. Und das beginnt bei mir ganz früh. Bei vielen Kollegen habe ich ähnliche Geschichten gehört. Klaus Meine zum Beispiel, mein Nachbar von den Skorpions, hat es mir auch so erzählt. Man entdeckt als Kind, dass man irgendwie eine Begabung hat, entweder Leuten was vorzusingen, das war bei Klaus so, oder bei mir komische Geschichten zu erzählen. Und damit den engsten Familienkreis und dann einen etwas größeren Kreis zu begeistern, so dass diese Leute sagen mit offenem Mund, oh, mach das nochmal. Und wenn dieser Satz gefallen ist, mach das nochmal, dann gibt es kein Zurück mehr. Heinz-Rudolf Kunze, Ihre Autobiografie liest sich wie ein Stück deutsche Geschichte. Die SS-Mitgliedschaft Ihres Vaters, die Erfahrungen Ihrer Mutter als Vertriebene und Sie sparen da auch Ihre persönlichen Misserfolge nicht aus und sehr persönliche Erfahrungen wie Panikattacken. Wann kamen die zuletzt auf? Das ist lange her zum Glück. Die hatte ich von 1988 bis Mitte der 90er Jahre. Das ist also wirklich Gott sei Dank lange her. Allerdings habe ich mein Leben auch seither so eingerichtet, dass es möglichst nicht wieder auftritt. Also ich mache keine Reisen mehr alleine irgendwo hin, was ich vorher mühelos konnte und auch gerne gemacht habe. Ich reise eigentlich immer in Begleitung, habe aber diese dunklen Anfälle, wie gesagt, seit ich denke mal 95, 96 nicht mehr. Drei Therapien habe ich versucht. Bei der dritten, das war dann eine Frau mit zwei Männern. Vorher habe ich viel klug geschwätzt, aber das half nicht. Und als ich mich dann in die Hände einer Frau begab, die eigentlich sehr wenig sagte, immer nur so Schlüsselreizfragen stellte und mich dann reden ließ, hat sich das dann gebessert. Und irgendwann war es weg. Toi, toi, toi. Es ist ja ein Thema, was sehr viele Menschen beschäftigt. Oh ja, Millionen. Das erleben wirklich viele Menschen und würden natürlich auch gerne wissen, was ist so ein Schlüssel und wie entsteht es überhaupt? Sind Sie dem auch nicht vorgekommen? Nein, ich weiß es nicht. Das Komische war, ich habe es nie in beruflichen Zusammenhängen gehabt. Ich musste nie ein Konzert abbrechen oder bin nie vor Angst in der Garderobe geblieben und Konzert fand gar nicht statt. Das kenne ich alles gar nicht. Auf der Bühne habe ich mich immer wohl und zu Hause gefühlt. Irgendwie. Zu Hause habe ich das bekommen, in der Stille des Zuhauses, wenn die Frau einkaufen ging und ich alleine war in der Wohnung. Auf einmal überfiel es mich, ich krallte mich am Küchentisch fest und blieb stehen und starrte aus dem Küchenfenster, bis ich ihr Auto wieder in die Garage fahren sah. Ich reime mir das so zusammen, dass es dieser Riss in meinem Leben ist, dieser Widerspruch, einerseits Beifall von vielen Hunderten, manchmal vielen Tausenden von Menschen und dann diese Stille zu Hause mit diesem Rollenwechsel, dass ich damit nicht klargekommen bin. Damit umzugehen ist ja überhaupt eine schwierige Situation. Da steht man im einen Moment noch auf der Bühne, da ist dieser tosende Applaus und im nächsten in der Stille des Hotelzimmers. Ja, das Problem kennen ganz viele Kollegen und insofern stehe ich auch nicht an, irgendjemanden zu verurteilen wegen irgendwelcher Genussmittel, die er zu sich nimmt, weil ich kann jeden im Grunde begreifen, der das versucht zu übertünchen, diesen Riss. Ich habe es nicht exzessiv in meinem Leben betrieben, Gott sei Dank brauchte ich das nicht zu tun, aber Verständnis habe ich für jeden, der das eine oder andere einwirft. Jetzt stehen Sie seit 40 Jahren erfolgreich auf den deutschsprachigen Bühnen. Was ist es, was Sie immer wieder auch zum Stift greifen lässt, dass Sie was Neues schreiben und das, was Sie antreibt? Das ist dieser unbändige Spieltrieb, der Gott sei Dank bisher noch nie versiegt ist. Ich kann das nicht anders erklären. Ich habe einfach dieses merkwürdige Talent oder diese merkwürdige Gabe, dass mich Ideen immer finden. Ich habe offenbar steil aufgestellte Antennen an meinen Ohren und alles, was so in der Luft rumschwirrt an Themen, an Fragen, an Dingen, das findet mich. Und das will dann von mir aufgeschrieben sein. Ich bin dann manchmal wie so ein Seismograph. Ich denke, manchmal meine rechte Hand ist wie so ein Erdbebenaufzeichner. Wenn ich Buchstaben mache, dann sieht das aus wie diese Fieberkurven von Erdbeben. Ich muss da gar nichts tun. Das tut mich. Das klingt verrückt, aber es ist so. Das ist etwas, was sehr viele Schriftsteller ja auch sagen. Also im Grunde ist es irgendwie in Ihnen drin und muss auch raus wahrscheinlich. Meine Frau kennt das. Es kann passieren, dass wir aus dem Haus wollen und ich auf der Türschwelle schreie Halt und ich muss zurück und ich muss das erst aufschreiben. Sie ist inzwischen da sehr gelassen. Sie kennt mich ja so. Und dann muss das auch abgearbeitet werden, sonst werde ich verrückt. Sonst rede ich das die ganze Zeit vor mich hin, wenn ich es nicht zu Papier bringe. Wann hatten Sie zuletzt so eine Situation? Gestern. Heute noch nicht, aber gestern schon. In welcher Situation kam das? Im Auto. Auf dem Weg schreibe ich auch ganz viel auf dem Beifahrersitz und ich schreibe, wo ich gehe und stehe. In Garderoben, zu Hause, wenn ich reise, natürlich in Hotelzimmern, in der schrecklichen Stunde zwischen sieben und acht, bevor es losgeht, in der man eigentlich nichts Sinnvolles tun kann. Doch, Songtext schreiben kann man immer noch. Einer geht immer noch. Herzlichen Dank für den Besuch in SWNs Leute.